Willkommen zu den heutigen Vibi-News. Startet jetzt der Vibi-Bull-Run oder geht es doch wieder nochmal weiter in der Runde? Das schauen wir uns auf jeden Fall ganz genau an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten beiden Comic-Drops ganz genau an. Da sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vibi-Bull-Chie mit den wichtigsten Vibi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wir sind heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge spannender Themen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Viel Spaß! Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit einer sehr positiven News und zwar nämlich mit dem letzten Whitelist-Job, beziehungsweise dem ersten Whitelist-Job für Comics. Und der lief nämlich sehr, sehr gut, was an dieser Stelle heißt, dass wir natürlich jetzt auch in Zukunft eigentlich jedes Comic mit Whitelist sehen werden. Auch das Hulk-Hashtag-1-Comic werden wir dementsprechend wahrscheinlich auch noch diese Woche, beziehungsweise am Wochenende im Blindbox-Format, beziehungsweise im Whitelist-Job-Format dann sehen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job an und der wird mich schon morgen, beziehungsweise heute, wenn das Video rauskommt, stattfinden um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze ist Tarzan of the Apes 212. Das Ganze hier an dieser Stelle, wie gesagt, um 17.00 Uhr deutscher Zeit im Whitelist-Job-Format, weil es so gut funktioniert hat, wird das direkt hier getestet. Das sind einmal die Cover, die wir hier dann sehen werden. Natürlich wieder einmal mit diesen sehr, sehr schönen Covern. Auch tatsächlich hier, muss ich sagen, also das goldene Cover persönlich gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 7 Gems, natürlich wie immer, und eine Edition-Auflage nur von gerade mal 3.500 Stück, was wirklich extrem wenig ist. Was natürlich dadurch auch zur Folge hat, dass die Secret Dress extremst gering sind, da natürlich, wie sich hier immer noch, 340 Editions zurückhält. Dementsprechend müssten das sogar tatsächlich knapp unter 200 Editions für die Secret Dress sein. Dementsprechend für Tarzan Comic-Fans auf jeden Fall extrem interessant. Das Comic selbst ist aber tatsächlich nicht wirklich interessant. Jedenfalls laut Go-Collect, wie ihr hier seht, eine 9.8 Grad mal für 250 Dollar. Das ist einfach nicht gerade viel. Dementsprechend für mich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Comic. Und das Comic wird am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit jobben. Natürlich, wie hier auch schon beschrieben, Blindbox-Waitlist-Format. Ansonsten, wie gesagt, 17.00 Uhr deutscher Zeit, das ganze Comic, Secret Invasion, Hashtag 1, natürlich wie immer mit exklusiven Ravie auch Ultra-Covern. Das sind aber die Cover, die wir hier an dieser Stelle sehen werden. Für mich persönlich kein Comic, das ich mitnehmen werde. Nicht nur aufgrund der Cover, sondern auch aufgrund des Preises. Auf-Go-Collect, eine 9.8-Kritik gerade mal für 95 Dollar über dem Tisch. Dementsprechend für mich persönlich jedenfalls kein Drop, den ich mitnehmen werde. Du kannst mir aber auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, ob du einer der beiden Comic-Drops mitnimmst oder nicht. Ansonsten noch eine ganz kurze Unterbrechung. Und zwar werde ich nämlich heute Abend um 19.30 Uhr zu Gast sein beim VIVI-Versum. Zusammen mit dem Chris-Vivereisen. Dort werden wir unter anderem Annerwelt-Duty-Collectables besprechen, die aus unserer Meinung nach jedenfalls momentan sehr, sehr interessant sind. Deswegen, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann schalte auf jeden Fall sehr gerne um 19.30 Uhr ein. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Teil des Videos. Und ansonsten gab es gestern auf jeden Fall einiges an Aufruhr, denn der Markt ist etwas gestiegen. Und nicht nur etwas, manche Collectibles sind sogar wirklich sehr, sehr gut gestiegen. Und hier gab es unter anderem auch einen sehr, sehr interessanten Tweet, auf den der Dr. Profit reagiert hat, der hier auch ziemlich gut gegangen ist, muss man ganz klar sagen. Und zwar hat hier nämlich der Legan, ein Bored Ape-Halter, geschrieben, if Bored Apes fail, NFTs fail, aufgrund dessen, weil momentan auf jeden Fall auch sehr viel weniger getradet wird, beziehungsweise auch gehandelt wird, was Bored Apes angeht. Dementsprechend hier auf jeden Fall recht interessant zu sehen, dass natürlich die Leute dann sagen, oh ja, wenn die Bored Apes failen, dann fehlt alles, was NFTs zu tun hat. Und der Dr. Profit hat drauf geschrieben, or the Exit Liquidity, also das, was im Prinzip rausgeht an Liquidität, geht jetzt in 3D Collectibles, beziehungsweise zu Vidi, beziehungsweise wird in Collectibles von Disney, Marvel, DC und so weiter investiert. Und wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein Foto-Moot dabei. Ich zeige euch das Ganze aber einfach mal live. Wenn wir uns mal die letzten drei Tage hier anschauen, haben wir relativ viele Sachen, die im Plus sind. Natürlich einige Sachen, wo dann auch einfach der Floor mehr oder weniger deswegen hochgegangen ist, weil Leute einfach ihre Sachen rausgenommen haben. Aber es gab auf jeden Fall eigentlich einige Verkäufe. Beispielsweise Steamboot Willy ist auch einiges gepumpt. Wir hatten dann gestern zum Beispiel den Luke Rare, der zum Beispiel auch bis über 150 Dollar hochgeschossen ist. Es ist auf jeden Fall einiges gepumpt. Jetzt wird sich wahrscheinlich der andere fragen, hey, befinden wir uns jetzt im Anfangsstadium des Bullruns? Dazu kann man momentan jedenfalls meiner Meinung nach keine wirklich klare Antwort geben. Man sollte sich aber definitiv momentan weiterhin positionieren, wie man es eigentlich generell im Bärenmarkt machen sollte. Denn jetzt sollte man eigentlich nachkaufen, soweit es geht. Ich persönlich würde jedenfalls momentan ein paar Tage abwarten, bis sich die Floors wieder ein bisschen runtergearbeitet haben. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall gestern hier eine sehr, sehr große Akkumulation gesehen. Knapp 1000 Collectibles wurden gestern einfach mal akkumuliert. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich ordentlich. Wenn man sich das ganz genau auch nochmal anschaut, es tut mir leid, dass das hier leider jetzt so ziemlich zusammengequetscht ist. Aber wie man hier sieht, wir haben tatsächlich mit 939 doch einen relativ hohen Punkt erwischt. Wir hatten hier im Monat Mai auf jeden Fall relativ viel Akkumulation. Aber das ist auf jeden Fall schon mal hier ein neues High, was wir jetzt gesehen haben. Was natürlich an dieser Stelle ein relativ positives Signal ist. Denn wenn man sich mal hier ganz genau die Top 100 Wallets anschaut, dann sieht man relativ schnell, warum hier so viel akkumuliert wurde. Beziehungsweise wer hier so viel akkumuliert hat. Denn wir haben hier nämlich zum Beispiel bei dem sechstgrößten Wallet eine Akkumulation in den letzten sieben Tagen von über 700 Collectibles, dann über 400. Also wir haben hier relativ viele Akkumulationen im Bereich der Wale. Dementsprechend zeigt das natürlich auch, die Wale haben momentan einfach auch relativ Interesse, weil die Flores einfach teilweise sehr, sehr gering waren oder sehr, sehr niedrig waren. Das natürlich dazu dann auch führt, dass natürlich Wale es jetzt deutlich schneller einfach swappen können. Die Flores sehr, sehr dünn sind. Dementsprechend pumpen dann natürlich auch die Preise. Ich persönlich würde momentan auch wirklich die Füße stillhalten. Denn ja, die Wale, die kaufen sich halt einfach gerade ein. Aber um abschließend die Frage zu klären, beginnt jetzt der Bullrun? Sollte man jetzt unbedingt reinfummeln? Garantiert nicht Füße stillhalten. Einfach ab und zu weiterhin kaufen. Denn das ist meiner Meinung nach der richtige Weg, einfach DCA zu betreiben und jetzt nicht reinzufummeln und zu denken, oh mein Gott, jetzt könnte man ja was verpassen. Das bringt tatsächlich relativ wenig und wird eher wahrscheinlich dazu führen, dass du das top kaufst, im Maubitain jedenfalls, kurzzeitig. Und dann wieder ins Minus gehst und du einfach deutlich mehr Gems sparen könntest. Deswegen vielleicht ein bisschen Füße stillhalten, sich Preissziele setzen, dann einkaufen. Und so einfach versuchen, hier dann sich hoch zu angeln. Nichtsdestotrotz könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wenn Vivi dieses Jahr noch ordentlich abliefert, dass wir einen kleinen Bullrun sehen könnten. Aber das ist natürlich ganz abhängig von Vivi. Sei es, was sie an Marketing betreiben, was sie alles noch rausbringen an Features. Dementsprechend, ich persönlich betreibe jedenfalls DCA, bin dadurch auch relativ gut aufgestellt schon. Und meiner Meinung nach hatten wir jetzt wirklich auch jahrelang Zeit eigentlich, um uns darauf wirklich mal vorzubereiten, hier auf dem nächsten Bullrun. Aber schreib mir auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung unten in die Kommentare. Ob du glaubst, ob momentan der Bullrun beginnt, oder ob wir momentan tatsächlich noch im Bärenmarkt sind, bei Vivi speziell, schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.